Gott, Jesus, Jehova Zebaot offenbart Schöpfungsgeheimnisse durch Gottfried Meierhofer Kapitel 5 Schmetterling und Schwalbe Deine Schwester wünscht eine Aufklärung zu haben, was denn eigentlich im geistigen Sinne die Schwalbe und der Schmetterling sind und was für geistige Urtypen unter diesen beiden Bildern aus meinem Schöpfungsreich verborgen liegen. Nachdem ich in alles etwas Geistiges gelegt habe, so ist freilich auch in diesen beiden Tieren als einzelne Glieder von zwei Gattungen ebenfalls etwas daran, welches auf euch Menschen bezogen als ein erhabenes Beispiel dienen könnte. Nun denn, so will ich deiner Schwester sagen, dass diese beiden Gattungen von Tieren, die nämlichen Stufen, das eine unter allen geflügelten Käfern und Insekten und das andere unter den fröhlich die luftdurchziehenden Vögeln einnehmen. Um nun zur rechten Aufklärung zu gelangen, müssen wir erst die Frage beantworten, was ist der Schmetterling? Siehe nun, mein liebes Kind, der Schmetterling ist eines dieser Gattung Tiere, die, wie die fliegenden Insekten als Übergangsstufe dienend, vom kriechenden Wurm oder der Raupe und dem Vogel, ein Mittelglied bilden. Und von diesem ist wieder der Schmetterling insbesondere dasjenige Tier, welches in seinem Körper seine Abhängigkeit von den Erdelementen und in seinen bunt geschmückten Flügeln die Verwandtschaft mit den Licht- und Sonnenspezifika kundgibt. Seine und der ganzen Gattung eigene Metamorphose, zuerst als Wurm und Raupe, die ihr angemessenen Erdbestandteile in sich aufnehmend, und dann als Schmetterling sie durch die Sonnenlichtprodukte, als die feinsten Säfte der Blumenkelche vergeistigend, gibt euch, meine lieben Kinder, ein sehr schönes Beispiel für euer eigenes Wirken und Leben, dass ich nicht umhin kann, es euch näher zu erklären und es euch ans Herz zu legen. So höret denn, im Staube kriecht der Wurm und die Raupe nährt sich von dem inneren Teil der Baum- und Gesträucherknospen, beide saugen dadurch und nehmen aus der Erde kommende Elemente auf. So geht es auch mit euch Menschen. Von Kindheit auf wird auch euch, meistens durch die jetzt herkömmliche Erziehung, zunächst nur Weltliches gegeben und mit oberflächlichen Wissenschaften euer kindliches Herz vollgepfropft. So beladen, mit eitlem Wissen, geht ihr dann dem reiferen Alter entgegen, wie die Raupe dem Stande, wo sie verpuppt, den Winterschlaf und die bessere Entwicklung zu einem von ihr ganz verschiedenen Wesen antritt. Und ihr, was geschieht denn mit euch? Seht, auch ihr geht so dem Frühlingsstande eures Lebens entgegen. Eingesponnen und eingewickelt in lauter konventionelle Verhaltungsmassregeln und Begriffe. Glaubet ihr, dem eigenen Berufe ganz zu entsprechen? Haltet nur die Gesetze für wichtig, welche der Staat oder die übliche Sitte euch auferlegen, und käme kein anderer mächtigerer Wecker, ihr würdet ebenfalls, wie die Puppe des Schmetterlings oder die Larve eines fliegenden Insektes, euer ganzes Leben das bleiben, zu was euch die Schul- und häusliche Erziehung gemacht hat. Aber wie beim Schmetterling in seiner Puppe sich schon das Bild zu seiner künftigen Existenz formt und sein Leib schon vorbereitet ist, nicht wie früher schwer, dem Boden entlang zu kriechen, sondern von zwei leichten Flügelpaaren durch die Lüfte getragen zu werden, so ist auch trotz aller verkehrten Erziehung in euch Menschen ein höherer geistiger Mensch eingeschlossen, der nur verdeckt, aber nicht vernichtet worden ist, und bei dem es, wie bei der Puppe des Schmetterlings, nur eines Anstosses bedarf, um die Larve zu zersprengen, damit ihm die Flügel auswachsen können, und er als freies, luftiges Wesen im wärmenden Sonnenstrahle seine Flügel leicht ausbreitend sich eines höheren geistigen Lebens freuen könne und mit seinen neuen, statt früher Fresswerkzeugen, jetzt Saugorganen von den mit ihm gleichstehenden Gliedern des Pflanzenreiches, den mit Farben bekleideten Blumen seine Lichtkost zur weiteren Erhaltung seines Ichs saugen zu können. So ist es mit euch, meine lieben Kinder, ebenfalls. Sobald die reifere, ernstere Zeit eures Lebens herannaht, sende ich die erwärmenden Strahlen meiner Liebe, gebe den ersten Anstoss durch verschiedene Leiden und Unglücksfälle, um die harte, weltliche Kruste der angelernten Vorurteile zu durchbrechen, damit ihr einsehen lernt, dass in vielen Fällen das Angelernte nicht hinreicht, euch Trost zu geben. Der innere, geistige Mensch rührt sich, pocht an seinen weltlichen Panzer, will seine Flügel ausbreiten, denn er fühlt, dass er zu einer höheren Existenz geschaffen ist, als die, zu welcher ihr ihn verdammen wollt. Die Leiden von aussen, das Drängen von innen wirken zusammen, und bei manchem berstet die weltliche Schale, welche den geistigen Menschen umgab. Und frei wie ein Schmetterling, jubelt und dankend, schwebt er der geistig ihn wärmenden Sonne zu, fühlt sich in ihren Strahlen wohl, saugt nur die geistigen, ewig nie vergehenden Lehren meiner Liebe, als feinste Blütensäfte meiner Weisheit, und wird dann, was der Schmetterling auf der Erde, er im geistigen Himmel, er wird ein Kind des Lichtes oder mein Kind. So fasset den Schmetterling auf, und wie er geziert mit den schönsten Farben, im zarten Staube, der seine Flügel bedeckt, sich seines Lebens freut, so sollte auch ihr eure Seelenflügel mit dem Blütenstaube der göttlichen Eigenschaften übersät haben, und statt dem niedrigen Erd- und Weltgewühle Sonnenlichtnahrung meiner göttlichen Liebe und Weisheit zu eurer Erhaltung allen anderen Speisen vorziehen. Dies, mein Kind, ist der symbolische Typus, den ein mir zugewendetes Herz aus dem Schmetterling und seiner Erscheinung in der Natur ziehen kann. Werde auch du, was er ist, und du wirst dich stets meiner Gnadensonne im heiteren Geistesfluge durch die Wunder der Schöpfung erfreuen können. Und nun gehen wir zu dem zweiten Tier über, welches dich interessiert und von dem du seine geistige Bedeutung wissen möchtest. So höre denn. Schon im Anfang habe ich gesagt, dass, was der Schmetterling unter den fliegenden Insekten, das ist die Schwalbe unter den Vögeln, Nun denn, um das zu beweisen, müssen wir die Gattung, welcher sie angehört, etwas näher betrachten. Sieh nun, mein liebes Kind, wenn zwischen Tieren eine geistige Ähnlichkeit herrscht, so muss diese so verstanden werden, dass nicht alle Bedingungen des einen Tieres bildlich im anderen genau wiederholt werden, sondern, dass ich als Schöpfer beim einen wie beim anderen Tier nur eine gleichmässige, geregelte Vorrückung in der Ordnung beabsichtige. Nun sieh, bei den Vögeln gibt es verschiedene Arten. Ihr Unterschied besteht entweder im Gefieder, im Gesang oder Bau, gemäss der Nahrung, die sie nehmen, um Niederes in Höheres zu verwandeln. Nun, unter dieser Gattung gibt es Tiere, die aus gröberen Elementen ihre Nahrung ziehen oder die Pflanzen- und Körnerfressende sind und endlich noch eine andere Gattung, die von fliegenden Insekten lebt, welche Insekten selbst, wieder in ihrer Gattung die ausgebildetsten in geistiger Hinsicht, Sonnenlicht-Sammler sind. Nun, diese letztgenannte Nahrung ist eben den Schwalben, den Vögeln, die dir so sympathisch sind, angewiesen und eben in dieser Beziehung gleichen die Schwalben den Schmetterlingen, weil auch sie nur die feinste Kost verzehren, damit dann aus ihnen die nächste Stufe, die schon im edleren Gesang begabte Vogelgattung hervorgehe, in ihrem der Schwalbe Organismus sammelt sich schon all das Geistige, was, obwohl beinahe stumm oder doch nur im einfachen Gezwitscher ausgeprägt bei ihnen, erst in den anderen höher gestellten Gattungen lauter jubelnde Stimmen ein Dankeslied für mich wird. Und so sind die Schwalben diejenigen Tiere, welche von Sonnenkost genährt, sich auch mit dem Menschen, der ja auch der geistigen Sonne näher steht, stets befreunden. Sie, die Schwalben, wählen sich zum Nestbau menschliche Wohnungen. Durch ihre Nahrung befreien sie euch von vielen anderen Plagen. Und wenngleich der Mensch gegen viele andere ihrer Gattung grausam ist und sie tötet, teils um seinem verwöhnten Gaumen einen Leckerbissen zu bereiten, teils aus Langeweile und Mordsucht, sie vertilgend, so ist er doch gegen diese Gattung von Vögeln mehr tolerant oder duldsam. Es ist eine gewisse Scheu, welche ihn abhält, diese Tiere von seiner Behausung zu verjagen, welche so vertrauensvoll sich ihm genähert haben. Und er tut nicht Unrecht daran, denn solange Schwalben unter seinem Dache nisten und um dasselbe herumflattern, solange ist es ein Zeichen, dass eine gesunde Luft es umgibt, wo auch die fliegenden Insekten, die ihnen zur Nahrung bestimmt sind, sich aufhalten können. Mangeln aber einmal die einen oder die anderen, dann mag der Mensch überzeugt sein, dass bald Krankheit und Tod in sein Haus und in sein Land einziehen werden, ebenso wenn Blumen und die von ihren Säften lebenden Schmetterlinge mangeln. Wo beides fehlt, da ist mein Segen ferne, und leider wird dort über ein unverbesserliches Volk die Zuchtrute geschwungen, nachdem meine Liebes- und Gnadenworte nur taube Ohren fanden. Also, auch ihr alle, meine Kinder, seid tätig in meiner Schule, dass ich nicht gezwungen werde, meine Friedensboten auf eurer Erde von euren Wohnungen zurückzuziehen, denn dann hilft das Hilfe-Flehen nichts mehr und ihr müsst euch derberen Heilmittel unterziehen, welche ich, aber wohlgemerkt nur im allerletzten Falle, anzuwenden, genötigt sein würde. Jetzt, meine liebe Tochter, hast du ungefähr einen schwachen Begriff, wie man, wenn man geistig forscht, meine Natur und ihre einzelnen Glieder betrachten und auffassen soll. Dass aber noch vieles und Merkwürdiges über diese Tierchen zu sagen wäre, kannst du dir denken, denn sie sind Geschöpfe eines Gottes, und deswegen ist ihre Bedeutung ebenfalls unendlich. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!